So, jetzt befinde ich mich auf einem der 12 Stützen. Der Materialpan, ich kontrolliere die Rollen und gleichzeitig fette ich die Lage bei Rollen. Momentan sind wir auf einer der 12 KV der Teleferie, die ich kontrolliere, die Rollen und die Kuscheln. Wie immer müssen wir ein bisschen die Schnee schaufeln, die Materialbahn kommt so nicht rein, aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt habe ich meine Hilfe gestartet. Der Traum eines jeden Jungen oder Mädchen. Ein kleiner Bagger und der hilft mir jetzt den Schneeweg zu räumen, wo ich ran komme. Den Rest mache ich mit der Hand. Hier ist mein kleiner Bagger, ein schafferter, der mir eine Hand, wo ich kann, wo ich alles zu schaffeln kann. Ich habe alles mit der Hand. Bis zum nächsten Mal.